So, Woche 3, Tag 3. Nächster Eindruck ins Tagebuch. Was ist hier als erstes vom Treten heute? Ich war heute Laufen und Laufen macht glücklich. Gestern hatte ich ja Speedskill Bike, heute Speedskill Run. Die Fussmauer Sicht sehr gut, hat am Board gepasst. Durchschnittspuls am Ende war ich sehr überrascht, war nur 139, also nur 140 geblieben im Schnitt. Das fand ich gut. Das hat mich gut erholt, in den Intervallen praktisch zwischendrin. Ja, meine Garmin Uhr war anscheinend auch begeistert von dem Lauf, denn so nach einem Kilometer zeigte mir die Garmin Uhr immer so einen Leistungsduscher und da hat mir meine Garmin Uhr heute plus 11 angezeigt. Das Maximum, was ich bisher vorher gesehen habe, war plus 6, von daher scheint es super zu laufen. Genau, was wollte ich noch erzählen? Achso, ja jetzt habe ich noch einen Termin, da kann ich zum Glück hinlaufen und dann muss ich eigentlich noch eine Trainingseinheit hinterher machen. Dann muss ich mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Das ist aber nicht so schlimm, das ist so eine Krafteinheit, die könnte ich zu Not auch schieben, aber morgens auch Schnüffel los. Mal gucken, wie es reinpasst.